Willkommen zurück zur Let's Play Mad Maxx Part Nummer 24. Wir sind jetzt hier in so einer Höhle. Keine Ahnung, wo das genau ist. Im letzten Part haben wir ein bisschen gegen Sprutus gekämpft. Aber dann ist ihm jemand zur Hilfe gekommen. Und wir konnten ihn leider nicht besiegen. Jetzt müssen wir, soweit ich weiß, unser Auto wiederfinden. Aber ich hab keine Ahnung, wo lang. Wir gehen einfach mal hier geradeaus. Also hier würde ich nicht gerne wohnen. Oder mal eine Zeit verbringen, eher gesagt. Was sehen wir noch richtig? Scheiße, ah doch, hier. Ah. Die Frau ist gut, aber das Stank kommt. Sie ist der Großbritann. Die Frau. Ja, die Frau. Die Frau ist ein Konkubi. Sie wird sicher. Sie wird sicher, wo er ist. Oh, das war sie? Konkubi? Sie denken, sie ist wie gut als der Großbritann. Sie ist hier, irgendwo. Noch nicht. Jetzt wissen sie es. Ähm. Wo müssen wir... Ah. Wir müssen hierfür was machen. Für die Hauptmessung, um weiterzumachen. Bauer zwei Projekte in Deepfriars Temple. Wo ist der denn? Da. Kann gebaut werden. Ah, cool. Können schon zwei Sachen gebaut werden. Fahren wir da mal eben hin. Und bauen das schnell. Kann man auch direkt wieder mit der Hauptmission weitermachen. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du, scheiße. Ich wollte eigentlich eben das Ding kaputt machen. Habt aber nicht so geklappt. Was sind denn, wie hier? Oh Gott, alles voller Öl oder was? Na ja, jetzt bauen wir erstmal die Sachen. Und dann können wir mal weiterschauen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist schon mal kaputt. Wir sind auf dem falschen Weg. Da geht's lang. Oh, um eins verringert. Fast um zwei. Alter. Schleicht euch. So, da vorne ist es, glaube ich, schon. Yo. Waren wir schon mal? Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Ich glaube, wir sehen hier jetzt das erste Mal. Oh, voll dagegen gerammt. Wie viel Schrott haben wir eigentlich dran? 148. Na, ist gut. Waffenkammer kann gebaut werden. Wir konnten noch zwei Sachen bauen, soweit ich weiß. Oh, jetzt können wir nicht mehr drauf, oder was? Weil es viele Nebenmissionen gibt. Ah, eins von zwei haben wir schon. Okay. Also hat sich das eine erledigt. Irgendwie automatisch gegangen. Und ich sehe schon, hier hinten ist die Waffenkammer. Hier können wir direkt mal bauen. Haben wir wieder volle Munition, wenn wir wieder reingehen. Und raus. Das ist auch wieder ganz praktisch. Yo, das kennen wir ja schon. Volle Munition, so. Dann könnten wir theoretisch eigentlich wieder rüberfahren. Von dort, wo wir eben gekommen sind. Um die Hauptmissionen weiterzumachen. Gibt's ganz schön viele Nebenmissionen gerade. Egal. Wir machen auf jeden Fall erstmal mit der Hauptmission weiter. Ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Weitschießer. Weitschießer. Ich denke mal, damit ist ein Sniper genannt. Boah, ich kann dich gerade gar nicht gebrauchen. Boah, leck mich doch. Ja, danke für den Schubser. Schubser. Ich fahre mal eben querbeet. Geht schneller. Von wo kommt der Reiten her? Weil ich folge mir noch. Oh, und angeschossen werde ich auch. Okay, wieso wollte der eben nicht schießen? Na, egal. Ich denke, wir fahren dann nicht das letzte Mal vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir bei Griffin haben. Könnten wir auch mal wieder gucken gehen. Aber jetzt erstmal Hauptmissionen weitermachen. Wieder voll dagegen. So. Jetzt müssen wir wieder da rum. Hä? Da? Irgendwo unterirdisch oder was? Als wurde ja hier angezeigt. Ah, da oben. Ah, ja, wir müssen wieder runter. Gut, geil. Gut, geil. Was will denn der da vorne? Schnell so an. So. So müssen wir hier irgendwo. Rechts. Ich hoffe mal, wir sind noch richtig. Aber sieht so aus. Ja, doch, sieht gut aus. Ey, hier waren wir schon mal. Ich kann mich noch ganz genau an die Kinder hier erinnern. Und die da unten. Ah, hier ist er. Sie ran, aided by the old man. Ich habe noch nie helfen. Ich weiß nicht. Ich sehe was hinter den verrückten Augen. Ich werde dir helfen, was du suchen. Und dann, du bringst mir mein Kind. Ich habe noch nicht mehr. Der Big Chief. Erreich schon die Werkstatt. Oh, hi. Kommt mal her. Dass es direkt wieder so zur Sache geht. Wer will? Du, hätte ich nicht gedacht. Oh, sehr schön. Ähm, wir müssen da hinten lang. Können wir mal gucken, was hier noch so ist. Da sind wir von, sind ich von da gekommen, wir sind von links gekommen. Wir gehen mal hier hoch. Oh. Hm. Ach du Scheiße. Was sind denn das für viele? Au. Alter, ihr Arschlöcher. Oh, die hasse ich ja auch. Wie die Pess. Ey, strick doch X. Oh, Wut ist ja gut. Wir sind fast... Oh. Ah, den. Ich mag das nicht so, wenn das so ein enger Raum ist, weil dann ist die Kameraperspektive nicht so gut, weil ich da nicht so viel sehe. Da müssen wir lang. Gibt es hier irgendwas zum Trinken oder so? Ich bräuchte Wasser oder Essen. Essen wir auch gut. Ich glaube, da vorne müssen wir wieder die... Tür aufbrechen. Ist hier Wasser? Nee. In Deckung. Können wir gar nicht dahinter gehen. Okay. Los, geh weg, Feuer. So. Aber die können wir einfach so aufbrechen, oder was? Oh, oh. Trophäen. Na, lecker. Oh, hier gibt es Wasser. Geil. Aber das ist, glaube ich, direkt wieder leer. Weil wir es direkt brauchen. Na, es wird voll und ist gut. Aber ich glaube, da ist doch genau was drin. Da. Wir drängen das jetzt erst mal umgucken, dann... Hey. Ich habe es doch gehalten. So. Ist da jetzt noch was drin? Ja. Na, immerhin etwas. So, gehen wir mal weiter. Gucken. Kommt hier. So, jetzt wurde ich schon mal aus dem Spiel gebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Get Ja, ich bin der Noh. Geht dir was... Oh Gott! Das war's für heute. Warum haben wir denn so viel Munition? Lass mal gucken, was hier so alles gibt. Da ist ein Messer. Habe ich auch was zu essen gesehen? Nee. Da oben. Da hinten, oder? Ja. Der hätte ich gar nicht hochkommen müssen. Nein. Das ist ein anderes Weg, Söi. ähm wie bekomme ich das jetzt am besten da raus oh kann ich ja mitglittern ich spring jetzt mal nicht da runter aber hier kann ich runterspringen so dann gebe ich mal saft drauf weg damit finanz da oh hier was oh geil geiler scheiß rennen und dann kann ich das machen ganze zeit oder was das wäre ok aber das ist ein ganz schön ganz schön mitgenommen aus das fahrzeug das war das fahrzeug gegen das wir in rennen fahren mussten das explodiert direkt irgendwie das 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 Ciao.